Und in M-Stetten begrüße ich die Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin der Linken, Katrin Vogler. Guten Tag, Frau Vogler. Hallo, schönen guten Tag. Heute Mittag wollen ja die Gesundheitsminister der Länder die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen verkünden. Was erwarten Sie sich von dieser Runde? Was wäre aus Ihrer Sicht das Mindeste? Also ich gehe davon aus, und das hatte Bodo Ramelow ja gerade auch gesagt, dass die Bundesländer darauf bestehen werden, dass es einen gesetzlichen Rahmen gibt, einen bundesgesetzlichen Rahmen, den der Bundestag beschließt, auf dessen Grundlage sie weiter in ihren Ländern angepasste Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und zum Bevölkerungsschutz vornehmen können. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und wir werden als Linke natürlich darauf großen Wert legen, dass diese Maßnahmen auch sozial ausgewogen sind und dass sie auch an die Wurzeln der Probleme gehen. Weil die Lage in den Krankenhäusern ist ja nicht nur pandemiebedingt, sondern die ist ja schon viele, viele Jahre so, wie sie ist. Und eine Überlastung des Gesundheitswesens, wie wir sie mit der Pandemie noch verstärkt erleben, erleben ja die dort Beschäftigten schon seit vielen, vielen Jahren. In einem Punkt sind sich ja die meisten Landesregierungen einig. Lockdowns wie im letzten Jahr, Schulschließungen, Ausgangssperren, all das soll es nicht mehr geben. Bleiben damit also Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Obergrenzen, 2G, 3G? Da geht jetzt jedes Bundesland wieder seinen eigenen Weg. Ist das Segen oder Fluch? Na ja, so ein Flickenteppich ist natürlich eine Herausforderung, insbesondere für die Menschen, die beispielsweise von einem Bundesland zum anderen pendeln, weil sie in dem einen arbeiten, in dem anderen wohnen. Und es ist natürlich auch immer geeignet, dass man dann das eine Bundesland gegen das andere ausspielt. Das heißt, man muss einen Rahmen schaffen, in dem eben auch bestimmte Maßnahmen so geregelt sind, dass es eben für die Bundesländer einfach ist, sie dann zu ergreifen. Ich will aber noch mal was sagen zur amtierenden, geschäftsführenden Bundesregierung. Also wenn ich jetzt ein Zeugnis schreiben müsste für Herrn Spahn, würde ich wahrscheinlich reinschreiben, er hat sich stets bemüht, was in der Sprache von Personalchefs ist. Aber so richtig hat er es nicht hingekriegt. Also wir haben jetzt den zweiten Pandemiesommer hinter uns und wir müssen wieder feststellen, dass nichts passiert ist. Also dass die Bundesregierung es versäumt hat, gemeinsam auch mit den Landesregierungen eine gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen, die diese pandemische Notlage entbehrlich macht. Und auf die Dauer das Leben, die Einstellung mit dem Coronavirus, der ist ja nicht einfach weg, der verschwindet nicht einfach. Man kann eine Pandemie auch nicht absagen, das eben ordentlich regelt. Das Hauptproblem ist ja in der Tat die zu geringe Impfquote von jetzt knapp 70 Prozent. Aber man muss sagen, Frau Vogler, auch in Ihren Reihen gibt es Stimmen, die die Sicherheit der zugelassenen Impfstoffe infrage stellen. Sarah Wagenknecht spricht von einem genetischen Code, den wir geimpft bekämen. Sie haben sich von Ihrer Fraktionskollegin distanziert. Aber der Schaden auch für die Glaubwürdigkeit der Linken, gerade in der Corona-Debatte, ist doch nicht so schnell wieder gut zu machen. Die Linke ist eine Partei, die sich in der Gesundheitspolitik immer für wissenschaftliche, evidenzbasierte Lösungen einsetzt. Also wenn wir darüber reden, mit welcher Versorgung, welche Versorgung Patientinnen und Patienten brauchen, dann bestehen wir immer darauf, dass es gute Studien gibt und dass die Sicherheit der Patientinnen und Patienten ganz oben steht. Und ich kann an der Stelle nur sagen, die Impfstoffe, die wir haben, die sind sicher, sie sind wirksam. Und ich kann jedem nur raten, mit Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausärztin zu besprechen, dass Sie sich impfen lassen können. Denn es ist ganz klar, mit der Delta-Variante gibt es zwei Möglichkeiten, immun zu werden. Das eine ist, sich impfen zu lassen. Das andere ist, die Krankheit durchzumachen. Und das Durchmachen der Krankheit hat sehr viel gravierendere Gesundheitsfolgen, und zwar in allen Altersklassen. Aber in anderen Ländern Europas zum Beispiel, da gibt es ja sogar schon die Impfpflicht, zumindest mal am Arbeitsplatz. Oder auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen. Während man bei uns noch darüber streitet, ob man wenigstens Pflegekräfte zum Piks verdonnern darf. Laut ARD Deutschland Trend, der kam gestern Abend raus, befürworten 57 Prozent der Bundesbürger eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Hat die Politik da Angst vor der eigenen Courage oder doch eher vor impfskeptischen Wählern, die man nicht verprellen will? Also ich glaube, man muss diese Debatte führen, aber man muss sie auch rational führen. Aus vielen Ländern, in denen es eine Impfpflicht gibt, wissen wir, dass dort die Impfquoten, also ich lasse mal jetzt bei anderen Infektionserkrankungen, nicht etwa höher sind, sondern niedriger als bei uns. Also ich sage mal, eine gesetzliche Impfpflicht weckt halt auch immer so etwas wie Trotz und Widerstand. Ich würde den anderen Weg gehen. Ich bin dafür, dass wir das Impfen so einfach und so bequem wie möglich machen für die Menschen. Für viele ist es auch eine große Hürde, einen Termin in einer Arztpraxis zu vereinbaren. Das heißt, wir brauchen weiterhin aufsuchende Impfangebote. Und ich glaube, was wir auch brauchen in Vorbereitung auf den Wintern, das war ein schwerer Fehler der Bundesregierung, die flächendeckende Testinfrastruktur einzustellen und die kostenlosen Tests zu beenden. Denn beispielsweise für die Altenheime oder auch wenn jemand privat jemanden besucht, der beispielsweise eine Chemotherapie macht, will ich mich doch auch dann testen lassen, wenn ich geimpft bin. Und wenn ich dafür bezahlen muss, ist das eine Hürde, die viele Leute nicht überwinden können. Ich glaube, diese Debatte wird auch in den nächsten Tagen nochmal an Fahrt aufnehmen. Frau Frugler, ich danke Ihnen für das Gespräch und einen schönen Tag nach Emstetten. Schönen Gruß nach Berlin.